Was klappt meine Freunde? Peace. So, packen wir mal hier ein gutes Stück hier. Wir haben hier die T600. Von mir ist aber keine Gaming-Grafkarte. Ist eine PENJ. PENJ ist das. Die Daten, meine Freunde. Noch mehr Daten? So. Die Türke. Das ist nicht durch. Das ist gut. Deutsche? Wo ist die Stolz? Deutsche? Wo ist die Stolz? So... So... Wir haben noch viel vorbei im Sein. Auch so... Auch so... Noch so... So... Was ist die Stolz? choking Das will ich sagen. Ja, der ist treffend. Aber dann habe ich noch etwas anderes... Das ist aber so... Das ist besser alles. Das ist besser, der was... Ja, das ist so schön, aber es ist so schön. Ah, ja. Einmal. Ach, hier noch ein Siegel. So, muss ich die alte erstmal rausschmeißen. All right. So. Für die alte meine Freunde. Anleitung der Dörner. Ja. Kabel. So. Ah, ja. Ah, hier ist ein Adapter drin. Geil. Ein Adapter drin. Ah, da ist ein Adapter auf HDI und so. Glaube ich. Ja. Ja, da ist ein Adapter dabei. So. Das war's. 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 Zudeln. Mal gucken. Ja, die hat keinen Anschluss. Ja, die steckt man da rein glaub ich. Kann sein. Hier unten fällt das... stecken wir nur da rein so So. So muss ich die Blühne reinbauen. Dann muss ich die Blühne reinbauen muss. Schau mal, wie ist die Blühne rein? Ich schlug keine Blühne rein. Schau mal, wie ist die Blühne rein?